Hallo Leute, es freut mich unglaublich, dass ihr euch wieder meinen Spielbericht anschaut. Heute spiele ich das erste Szenario von der Into the Wasteland Kampagne To the Rescue. Was bisher geschah. Wir haben diese schöne Siedlung, die von meiner Minutemen-Generalin Serena, Preston Garvey und den Minutemen bewohnt wird. Und eines Tages, als Johnny, der kleine Bruder der Minutemen-Generalin, mit seinen Freunden zurück in die Siedlung kehrt, muss er mit Erschrecken feststellen, dass alle Minutemen verschwunden sind. Sie wurden entführt von dem bösen Institut. Und so ist es jetzt an Johnny und seinen Freunden, die Siedlung zu verlassen, auszuziehen, den Spuren des Instituts zu folgen und die Minutemen, ihre Freunde und Familien, die entführt wurden, zu retten. Und damit kommen wir nun zum ersten Szenario der Kampagne. Als Spielecharaktere hätten wir als erstes Johnny, den einzig überlegenen Tag 1 mit einer 10-Millimeter-Pistole. Ihnen zur Seite stehen einmal Hancock mit einer Plasma-Pistole, Codsworth mit seinen normalen Mr. Handy-Waffen. Und neben diesen drei namhaften Charakteren haben wir noch Pete, Tenya und George, drei Siedler mit Assault-Rifles. Als Gegner ziehen wir heute einmal eine Muku, ein Brahmin, dazu ein paar Bloodworms. Ich nehme die Mole-Rat-Regeln, weil die Grabangriffe machen können. Und damit sie ein bisschen tougher sind, habe ich ihnen zwei Perks gegeben, Life-Giver und Nerd-Rage. Und dabei ist auch noch ihr großer Bruder. Für ihn benutze ich die Regeln von dem Rad-Skorpion, weil der auch Grabangriffe machen darf. Und jetzt kommen wir zum Spieltisch. Die Survivors starten hier zu unserer Rechten vor der Minutemen-Statue. Sie symbolisiert das Ende meiner jetzt zerstörten Siedlung. Und die Survivors müssen entsprechend dem ersten Szenario drei Fuß 36 Inches hier über die Straße auf die andere Seite wandern. Dort seht ihr hier meine Free-Tech Jessie. Sie repräsentiert das Ende des Missionsziel. Da müssen unsere Leute hingelangen. Dort beginnt dann eine Fabrikanlage, wo das nächste Szenario stattfinden wird. Diese kleinen Counter hier von meinem Halloween-Szenario, der dritte hier und der vierte hier vorne repräsentieren die im Ökland lebenden wilden Kreaturen, von denen wir noch nicht wissen, was sich hinter den Markern verbirgt. Der nächste Schritt im Vorbereiten des Szenarios besteht in den Loot-Markern. Wir brauchen einmal die leeren und die mit den normalen Symbolen. Da wir eine Größe von drei für unser Spielfeld haben, brauchen wir drei leere und zwei mal drei. Sechs von den normalen Loot-Markern. Wir wählen die jetzt gleich zufällig aus. Also wir drehen alle um, mischen sie einmal durch und wählen jetzt sechs zufällig aus. Packen den Rest zur Seite, fügen die drei leeren hinzu, mischen einmal gut durch und nehmen dann am Ende zufällig sechs davon, zweimal unsere Größe auf das Spielfeld. Den Rest packen wir zur Seite und die werden jetzt jeweils einmal gelb und einmal rot von jedem dieser Marker entfernt aufgestellt. Einmal hinten und die zwei in der Mitte. Und so liegen die jetzt am Ende. Hier haben wir jetzt unsere Überlebenden platziert. In der Mitte Johnny, der einzig Überlebende mit der 10mm Pistole. An seiner rechten Flanke steht Codsworth. Links von ihm Hancock mit der Plasma-Pistole. Und in der zweiten Reihe dahinter stehen die drei Siedler mit Assault Rifles. Da die Siedler die einzigen sind, die Leute auf dem Spielfeld haben, fangen wir schon an und als erstes aktiviert Codsworth und bewegt sich hier rüber zu dem ersten Loot-Marker. Und wie ihr sehen könnt, findet er leider überhaupt nichts. Aber er beendet seinen Zug nah genug an dem ersten Marker. Das bedeutet, er wird jetzt aufgedeckt. Dafür würfeln wir als allererstes einen blauen Würfel und sehen, es ist eine Nuka-Cola-Flasche, kein Problem. Hätten wir ein nukleares Explosionszeichen gewürfelt, dann wäre das jetzt einfach bloß ein Marker ohne was dahinter. Ein paar Schatten, die unsere Leute abgelenkt haben. Aber so ziehen wir jetzt zufällig eine Karte, was für Gegner kommen. Und es sind Bloodworms. Wir würfeln jetzt einen Armoredice, einen Rüstungswürfel. Ziehen 1 vom Ergebnis ab. 2-1 ist 1, also kommt ein Wurm. Es sind aber immer Minimum eine Kreatur, die auftaucht. Es können nicht 0 sein. Dann würfeln wir jetzt für die Scattered Distance. Ich würfel eine 4. Das heißt, von dem Marker gehen wir jetzt nochmal orange in eine zufällige Richtung. Ich würfel dafür den Warhammer-Abweichungswürfel. Ihr seht diese Richtung. Und orange davon wird jetzt der eine Blutwurm platziert. Und anschließend nimmt man diesen Marker in der Mitte vom Feld, da ja alle platziert wurden. Dieser wild lebende Wurm hier vor meiner Siedlung. Ich habe mich entschieden, dass er lauert. Er war hier eingegraben und deswegen nehmen wir jetzt die AI-Card für Lurking lauernd und benutzen die statt der Normalen für diese Kreatur. Damit ist Kurzworth fertig und unsere KI-Gegner haben nur ein einziges Modell, das sie aktivieren können. Dieser Wurm. Wir würfeln jetzt einmal den blauen Würfel und schauen auf seiner speziellen Verhaltenstabelle nach, was er macht. Zwei Nucle-Cola-Flaschen. Er sieht mindestens drei Gegner in seinem Sichtfeld. Das heißt, er wird jetzt fliehen von den nicht befreundeten Einheiten weg. Das heißt, von diesem großen Batzen Survivors dort hinten läuft er jetzt zweimal gelb in direkter Linie davon. Erste Bewegung führt ihn hier zu dem Reifenstapel und die zweite Bewegung dahinter. Damit ist der Wurm jetzt auch fertig und die Survivors aktivieren als nächstes Hancock. Der Herr Bürgermeister bewegt sich einmal gelb auf den ersten Loot-Marker zu, deckt ihn auf und findet ein Item. Sehr gut. Er schaut nach, findet eine Laser-Rifle. Ziemlich guter Fund für so einen alten Ghoul. Und dann bewegt er sich noch einmal gelb weiter die Straße entlang. Damit endet er außer Sicht von dem zweiten Gegner-Marker. Das heißt, der wird jetzt nicht aufgedeckt. Die KI hat momentan keine Figuren, kann nicht aktivieren. Deswegen kommt jetzt zuerst der Siedler zur rechten George und bewegt sich zweimal die Straße entlang. Endet hier vorne. Er ist zwar in Deckung, aber trotzdem innerhalb von Sichtlinie und zweimal grün zu dem nächsten Kreaturen-Marker. Deswegen schauen wir jetzt mal nach, was kommt. Es ist ein Brahmin. Juhu, es kommen wieder. Eine Kuh erwürfelt. Das heißt, wir stellen den jetzt auf, scattert wieder orange in eine zufällige Richtung hier nach vorne. Da platzieren wir jetzt das Brahmin, das hier gerade steht und ein bisschen vor sich hin grast. Niemandem was zu leide tut. Der Marker wurde wieder entfernt. Und jetzt ist es schon an der Zeit, dass diese Kuh aktiviert. Sie grast. Sie hat bisher noch keine feindlichen Kontakte gehabt. Deswegen wird jetzt hier auf ihren normalen Tabelle gewürfelt. Und sie bewegt sich einfach in eine zufällige Richtung. Zweimal gelb. Endet hier vorne. Ein Zoll entfernt von Cotsworth. Und guckt mal, ob der nicht was zu fressen in seiner Tasche dabei hat. Da die Überlebenden es ziemlich eilig haben, ihre Freunde zu retten, bewegt sich der Rest der Figuren einfach weiter die Straße entlang, von ihrer Siedlung weg, Richtung Ende des Missionszähls. Und so sieht der Tisch jetzt aus, Ende der ersten Runde. Hier vorne sind noch zwei Gegnermarker. Die werden jetzt jeweils gelb in eine zufällige Richtung bewegt. Der erste, den verschlägt sie rüber. Und der zweite nach hier vorne. Und damit beginnen wir jetzt auch schon mit Runde 2. Wie üblich heißt das, es werden erst einmal alle aktiviert, Plättchen von unseren Figuren entfernt. Und wir ziehen eine Ereigniskarte. Diese Runde, die zweite, dürfen keine Schussattacken über lange Reichweite gemacht werden. Die KI-gesteuerten Gegner sind in der Unterzeit als erstes aktiviert. Der lauernde Wurm hat ein Explosionssymbol gewürfelt. Das heißt, er sieht jetzt zwei Gegner von dort aus, wo er steht, weil er so klein ist. Er wird es striken. Das heißt, er versucht schnell hinzukommen, zuzuschlagen. Er darf rotweit graben. Das macht er hier auch. Und würfelt jetzt einen Angriff gegen den Siedler. Er kriegt einen extra grünen für den Angriff. Und trifft nicht. Damit sind die Siedler als nächstes an der Reihe. Und aktivieren diesen Siedler Ghoul Pete hier vorne. Der greift in den Nahkampf mit ein. Hat seine Waffe mit schwarz-grün. Kriegt einen extra grünen Würfel, weil er in der Überzahl ist. Und nimmt einen schwarzen Würfel, weil er angreift diese Runde. Wir würfeln. Und er trifft mit einem extra Schaden. Das heißt, er würde drei normalen Schaden machen. Der Wurm hat eine Rüstung von plus eins. Weil ich ja eine Schusswaffe im Nahkampf benutze. Das heißt, er hat jetzt Rüstung zwei. Würfelt Block zwei. Das heißt, von meinem drei Schaden geht einer durch. Der Wurm hat damit nur noch zwei Lebenspunkte. Und benutzt jetzt ein Nerd Rage. Ich lege diesen Strong Armor Token neben ihm. Um mich selber daran zu erinnern, dass er gerade diesen Effekt hat. Es ist zwar kein Stroken, sondern er kriegt immer plus eins. Aber für mich als Erinnerung. Bloß damit ihr das wisst und euch nicht wundert. Damit kommen wir zur nächsten Figur, die von der KI gesteuert wird. Das Brahmin bewegt sich in eine zufällige Richtung. Zweimal und endet hier auf der anderen Seite von unserem heutigen Spielfeld. Und schaut, ob es dort nicht was Leckereres zu essen gibt. Damit kommen jetzt die Siedler dran und aktivieren den Siedler, der schon im Nahkampf ist. Er kriegt einen grünen Würfel für Überzahl. Und benutzt jetzt eine erste Schusswaffenattacke. Das ist leider daneben, weil er kriegt ja einen Zweierabzug, weil er eine Schusswaffe im Nahkampf benutzt. Und sein zweiter Schuss ist ein super Treffer. Auch ein Extraschaden, das heißt drei Schaden. Der Wurm hat wieder Rüstung von zwei, weil ich eine Schusswaffe im Nahkampf benutze. Zusätzlich hat der Wurm auch noch ein Strong Armor Rating von einem Punkt, weil er gerade Nerd Rage aktiv hat. Das heißt, einen Punkt wird er immer blocken. Er würfelt eine vier. Normal hat er keinen Schaden abgewendet. Damit bleiben zwei Schaden für ihn übrig. Er hatte nur noch zwei Leben. Das heißt, der Wurm ist raus. Der Siedler George hat eine Quick Action generiert durch seinen Wurf. Und er befindet sich innerhalb von Ruth von Hancock. Deswegen darf er damit jetzt eine Bewegung machen. Als nächstes kommt Johnny, der einzig Überlegende, und bewegt sich zweimal zu dem nächsten Lootmarker. Und findet wieder ein Item. Und zwar eine Nuka-Cola-Flasche. Momentan sind keine Gegner mehr auf dem Spielfeld. Deswegen entscheide ich mich, den letzten Siedler zu aktivieren, nach vorne zu gehen und die Token aufzudecken. Tenya bewegt sich zweimal hier die Straße entlang nach vorne. Sie ist jetzt jeweils innerhalb von zweimal Grün und Sichtlinie der beiden Marker. Das heißt, ich fange jetzt mit diesem an und schaue, was sich darunter verbirgt. Es ist der große Wurm. Ich habe beschlossen, dass er für mehr Action auf der Jagd ist. Ich würfle. Es erscheint wieder nur ein einziger Wurm. Er scattert ein bisschen und endet hier am Ende des Spielfelds. Jetzt der zweite Marker. Es sind diesmal wieder kleinere Bloodworms. Auch denen gebe ich die Jagd, damit hier mal ein bisschen mehr Action passiert. Und würfle, wie viele kommen. Es kommt... Okay, ich wiederhole den einfach mal für ein bisschen mehr Action hier. Kann nicht sein. Komm schon. Muss doch mal mehr als einer werden hier. Ich glaube es nicht. Letzter Versuch. Okay, ich entscheide jetzt einfach, dass die maximale Anzahl an drei kommt. Und die scattern ein bisschen. Hier habe ich sie aufgestellt, die drei Stück. Als nächstes kommen auch schon die KI-gesteuerten Gegner. Und ich fange mit diesem hier an. Würfle erst auf der Jagd eine Cola-Flasche. Das heißt, er versucht jetzt in den Nahkampf zu kommen. Er bewegt sich zweimal hier vor, ohne auf Deckung zu achten. Und endet hier kurz vor Ternia. Hat es aber nicht geschafft, sie anzugreifen. Jetzt ist es an der Zeit für Mr. Codsworth. Er aktiviert. Bewegt sich einmal nach vorne. Und benutzt einen Mr. Handy-Flammenwerfer. Hier endet er nach seiner Bewegung. Und wir würfeln seinen Angriff. Es ist ein Treffer. Zwei Sterne super. Das heißt, der Wurm kriegt zwei Schaden und ist in Flammen. Er benutzt seine Rüstung. Block nichts. Das heißt, zwei Schaden kriegt er. Damit hat er noch ein Leben. Und sein Nerd-Rage fängt an zu wirken. Jetzt kommt die AI und aktiviert den großen Wurm. Bisher war der jagend. Jetzt fällt er aber aus seinem normalen, natürlichen Verhalten heraus. Und geht wieder auf seine eigene KI-Karte. Wir würfeln eine Cola-Flasche. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich ein Angriff auf den nächsten Gegner. Aber es gibt ein paar Änderungen. Er versucht zuzuschlagen, statt anzugreifen. Ich deute den Text auf der Karte von dem Zuschlagen so, dass er sich jetzt einmal bewegt, einmal angreift, weil er in der Lage war, das gegnerische Modell anzugreifen, auch wenn er diese Runde nicht zuschlagen kann. Und er bleibt damit in seinem normalen Verhaltensmuster und fällt nicht zurück in Jagend. Das heißt, ich bewege den Wurm jetzt hier hin. Er geht auf Tenja los und wählt einen schwarzen Würfel für seine Angriffsbewegung. Damit sind die Überlebenden dran. Und zwar mit Hancock. Der wird sich jetzt einmal hier nach vorne bewegen und schießt dann mit seiner neu gefundenen Waffe, dem Lasergewehr, auf den brennenden Wurm. Er schießt und geht daneben. Das heißt, diese Runde gibt es nur noch diese beiden Würmer hier hinten, die noch nicht aktiviert wurden. Ich beginne mit dem Vorderen. Der Vordere würfelt und will Hals über Kopf angreifen. Der Hintere will auch angreifen, aber achtet dabei auf seine Deckung. Der erste Wurm schafft es bis zu Johnny zu kommen und will einen grünen Angriffswürfel. Der Hintere bleibt hier hinter den Kisten versteckt. So beginnt jetzt die dritte Runde und wir hören im Radio neue Nachrichten aus Diamond City. Hat keinen Effekt auf das Spiel. Die KI-Gegner haben weniger Modelle. Deswegen entscheide ich mich, diesen Wurm hier zuerst zu benutzen, bevor er noch sterben kann, weil er schon verwundet ist. Er brennt zwar, aber er hat auch ein Strong Armor Rating von einem Punkt. Deswegen wird der Schaden einfach gecancelt und das Feuer geht aus. Er entscheidet sich dazu, Codsworth anzugreifen, macht eine Angriffsbewegung, hat neben seinem gelben Würfel, den er sonst hat, einen schwarzen für seine Angriffsbewegung und einen schwarzen, weil gerade Nerd Rage für ihn gilt. Deswegen würfeln wir jetzt mal für seinen Angriff zum Treffen. Und es ist ein Treffer mit einer 3, ein extra Schaden, ein Armor Break. Das heißt, Codsworth hat nur noch eine Rüstung von 2 gegen 2 Schaden. Er würfelt, blockt einen, plus nochmal einen mit einem Strong Armor Token. Das heißt, Codsworth kriegt jetzt einen Punkt echten Schaden. Damit endet die eine Runde Nerd Rage von dem Wurm und es wird Zeit für Johnny, der jetzt im Nahkampf seine Pistole benutzt gegen den Wurm. Und er trifft wunderbar. Das heißt, der Wurm hat jetzt eine Rüstung von 2 gegen 2 Schaden. Blockt nichts, kriegt 2 echte Schaden. Mit seinem letzten Lebenspunkt aktiviert dieser Wurm ebenfalls seinen Nerd Rage Perk. Und es folgt der zweite Schuss von Johnny, der leider knapp nicht trifft. Jetzt wird es Zeit für den großen Wurm. Und er kriegt zusätzlich zu seinem normalen Würfel einen schwarzen, weil er letzte Runde angegriffen hat. Und er würfelt, trifft überhaupt nicht. Hat einen zweiten Angriff, diesmal ohne den schwarzen Angriffswürfel. Und ein wunderbarer Treffer mit 3 Armor Break. Autsch! Das heißt, Tenya kriegt jetzt 2 Schaden. Einen davon kann sie mit ihrem Strong Armor Token noch gegenwirken. Aber da auch eine Nuka-Cola-Flasche gewürfelt wurde, heißt das, dass sie jetzt auch noch vergiftet ist. Auf der anderen Flanke will Hancock Johnny retten, macht eine Nahkampfbewegung und schießt mit seinem Lasergewehr im Nahkampf. Er kriegt einen grünen Würfel für den Angriff und einen zweiten, weil sie in der Überzahl sind. Das heißt, er würfelt und schießt komplett daneben. Hat Johnny leider nicht viel geholfen. Das nutzt der Bloodborne gleich aus und greift Johnny an. Er hat seinen schwarzen Angriff durch Nerdrage. Grün für den Angriff. Und, tja, wenn man den weißen Würfel würfelt, sieht man auch noch, ob er getroffen hat. Ja, es ist ein Treffer mit einem Rüstungsbruch. Das heißt, Johnny würfelt jetzt Rüstung. Nicht geschafft. Das heißt, mit einem Strong Armor blockt er den einen Schaden, den er sonst bekommen würde. Damit ist jetzt Mr. Codsworth an der Reihe. Er will diesen Wurm niederbrennen. Oder besser gesagt, mit seiner Mr. Handy-Kreissäge niedersägen. Erster Angriff ist ein Treffer für einen Rüstungsbruch. Das heißt, der Wurm kriegt direkt zwei Punkte Schaden, stirbt. Und Codsworth kann damit noch eine Angriffsbewegung gegen den großen Wurm durchführen. Jetzt ist dieser freche Wurm hinter den Kistenstapeln dran, würfelt. Und bewegt sich nur ohne anzugreifen. Das heißt, er endet hier vorne in diesem Krater und hat diese Runde noch nicht angegriffen. Tenya hatte den einen Schaden geheilt durch das aufbereitete Wasser, das Codsworth jede Runde produziert. Aber weil sie ja vergiftet wurde, kriegt sie nochmal einen Schaden. Und schießt jetzt in Überzahl mit einem extra grünen Würfel auf den großen Wurm. Trifft einmal, zwei Schaden. Der Wurm hat jetzt eine Rüstung von vier im Nahkampf. Blockt damit alles. Und ihr zweiter Angriff geht leider daneben. Damit ist jetzt der Brahmin dran und beschließt einfach, hier am Rand vom Spielfeld entlang zu marschieren. Der nächste Siedler, George, rennt in den Nahkampf, um Tenya zu unterstützen. Benutzt auch seine Assault Rifle. Kriegt einen grünen Würfel für die Überzahl, einen schwarzen für den Angriff und trifft für drei Punkte Schaden. Der Wurm würfelt Rüstung dagegen. Blockt zwei, das heißt, er kriegt einen Punkt Schaden. Der letzte Siedler, Peach, springt in den Nahkampf, kann aber diese Runde nicht mehr zuschlagen. Zug vier beginnt mit dem Wurm, der Johnny angreift. Erster Angriff geht daneben. Zweiter Nahkampfangriff für ihn ist ein Treffer mit einem Punkt Rüstungsbruch. Kann Johnny aber alles wegblocken. Kein Schaden für ihn. Zeit für den besten Freund des Menschen, Mr. Codsworth. Er kriegt einen schwarzen Würfel für den Angriff, einen grünen dafür, dass er an der Überzahl ist. Und mit seiner Mr. Handy Kreissäge trifft er. Er hat jetzt drei Schaden und einen Punkt Rüstungsbruch. Der Wurm würfelt dagegen mit einer Rüstung jetzt noch von zwei. Blockt von den drei Schaden nichts. Das heißt, volle drei Schaden gehen durch auf den Wurm. Und der zweite Angriff, diesmal ohne den schwarzen Angriff Würfel, ist auch ein Treffer mit einem Punkt Rüstungsbruch. Der Wurm blockt leider beide, der zwei Punkte schaden. Schade. Und mit der gerade generierten Quick-Action verlässt er jetzt den Nahkampf. Gibt keine Gelegenheitsattacke, weil der Wurm mit anderen im Nahkampf gebunden ist. Eine Kategorie kürzer, das heißt, gelb verlässt er jetzt den Nahkampf. Und schwebt hier rüber in die Nähe von dem nächsten Loot-Marker. Wer sich fragt, warum Codsworth das darf. Hancock hat eine Aura Rot-White, in der jeder auch eine Bewegungsaktion als Quick-Action machen darf. Und mit seinem gerade wieder frisch produzierten, aufbereiteten Wasser nimmt er Tania ihren Einpunktschaden weg. Daraufhin aktiviert die KI gleich den großen Wurm, greift Tania an erster Schlag, geht zum Glück ganz, ganz knapp ins Leere. Und der zweite Angriff von dem großen Wurm ist ein richtig krasser Treffer. Zwei Rüstungsbruch. Tania hat damit keine Rüstung mehr, kriegt zwei Punkte Schaden vom Wurm, hat einen Punktschaden durch ihr Gift bekommen. Das heißt, sie hat jetzt drei Schaden momentan. Da sie gleich aktiviert und mit ihrem Sturmgewehr in den Nahkampf schießt. Der erste Schuss ist leider daneben und die zweite Salve ist komplett auch daneben. Schade. Der letzte Wurm gräbt sich auf Pete, unseren Siedler hier drüben, zu und wählt einen schwarzen Würfel für den Angriff. Ist ein Treffer. Zwei Rüstungsbruch. Zwei Punkte Schaden. Mit einem Strong Armor Token heißt das, für den Siedler er kriegt einen Punkt echten Schaden. Die Überlebenden machen Hancock bereit, aber aktivieren ihn noch nicht. Daraufhin läuft das Brahmin hier rüber und sucht was zum Grasen. Und jetzt kommt Johnny. Der wird auch bereit gemacht. Und Aktivierung. Natürlich zuerst Hancock, damit nachher Johnny seinen Bonus von zwei Punkten kriegt. Hancock schießt hier auf diesen Wurm direkt vor sich. Macht den ersten Wurf mit seinem Lasergewehr. Und es ist ein super Treffer. Zwei der drei Schaden können direkt die Rüstung ignorieren. Damit ist der Wurm einfach nur tot, ohne eine Rüstung würfeln zu müssen oder zu dürfen. Jetzt mit seiner zweiten Bewegung geht er einmal an Johnny vorbei, schmeißt ihm dabei das Lasergewehr zu und bewegt sich hier die Straße entlang. Jetzt kommt Johnny mit einem Lasergewehr. Er greift den Wurm an, sprintet auf ihn zu, bekommt einen grünen Würfel für den Angriff und einen weiteren grünen dafür, dass sie in der Überzahl sind. Er schießt im Nahkampf und es ist ein mega Treffer. Ein extra Schaden, ein Rüstungsbruch. Das heißt drei Schaden gegen eine Rüstung von drei Punkten vom Wurm. Ein Rüstungsbruch und Schussbrach vom Nahkampf heben sich genau auf. Er würfelt jetzt seine Rüstung gegen drei Schaden. Blockt gar nichts, kriegt drei Schaden. Damit ist der große Wurm tot. Diese Runde kommt noch Pete, der Ghoulsiedler, und benutzt sein Gewehr im Nahkampf gegen den Wurm. Er trifft. Der Wurm blockt einen Punkt. Damit hat der Wurm noch einen Punkt und sein Nerdrage-Perk fängt an zu wirken. Der zweite Schuss von Pete geht leider, leider daneben. Der nächste Ziedler greift in den Nahkampf ein, darf einmal schießen mit Unterstützung und einem schwarzen Extrawurf vor den Angriff. Und ist ein Treffer mit zwei Extraschaden. Der Wurm kann zwar zwei blocken, ist aber dennoch. Er hat zwar noch einen Strong Armor, aber trotzdem hat er nur noch einen Lebenspunkt übrig und ist damit jetzt weg. Es beginnt die fünfte Runde. Kein Gegner mehr da, außer dieser Coup. Deswegen ist auch das Ereignis egal, dass Abzüge bei den Angriffen geben würde. Die Überlebenden beginnen mit unserem Bürgermeister Hinkock, der sich zweimal hier vorbewegt und leider nicht ganz bis zu dem Nutmarker kommt. Daraufhin kommt Codsworth. Er bewegt sich einmal hier rüber und findet einen Computer-Terminal. Perfekt. Unserer cleverer Roboter würfelt gleich als tote Aktion seinen Hacking-Test und schafft ihn. Und findet damit einen Gegengestand. Es ist eine Lasermuskete. Die muss wohl einer meiner Minutemen hier irgendwann mal verloren haben. Jetzt der Rest rückt einfach vor, da keine Gegner mehr da sind. Tut das wenig zur Sache. Und es beginnt die sechste Runde mit einem Ereignis, das auch wieder keine Auswirkungen hat, weil wir nicht mehr vorhaben, Angriffe durchzuführen. Als erstes wieder Hancock. Er bewegt sich einmal. Findet ebenfalls ein Computer-Terminal. Als zweite Aktion versucht er es zu hacken. Und Perfekt schafft er es sogar mit einer generierten Quick-Action. Er findet auch einen Gegenstand. Und zwar ist es ein Skeleton-Key. Kann man ja mal mitnehmen. Und mit der generierten Quick-Action läuft er einmal über die Kante und ist damit der erste im sechsten Zug, der es geschafft hat. Der Rest ist auch innerhalb der Reichweite, um mit zwei Bewegungen über die Kante zu kommen. Das heißt, sechste Runde. Wir haben das Szenario gewonnen. Nicht einer meiner Kämpfer haben wir verloren. Alle sechs schaffen es damit, hier unseren Free-Tag Jessie zu treffen. Sie schaut sich die neu gefundenen Waffen an, checkt sie einmal durch, repariert sie, damit sie für unser zweites Spiel auch einsatzbereit sind. Und die arme Tanja, die ja von dem großen Wurm vergiftet wurde, schicken wir jetzt nach Hause, bevor ja noch irgendwas passiert. Jessie wird sie nach Hause bringen und auf sie aufpassen, damit Tanja auch ja gesund in unserer Siedlung ankommt. Das heißt, ohne Tanja werden jetzt diese fünf Kämpfer das nächste Szenario alleine bestreiten müssen. Und in der Vorbereitung für das nächste Szenario darf ich zwei Explore-Cards ziehen. Eine davon bringt mir 50 Caps ein und die andere führt dazu, dass ich zwei Boost-Cards ziehen darf. Waren aber beide sehr spezielle Sachen. Mal gucken, ob mir die im nächsten Szenario überhaupt irgendwas bringen werden. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der sich meinen Spielbericht angeschaut hat. Ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht.